was geht ab liebe community herzlich willkommen heute neuen blog wir fahren wieder nach sande diesmal ist der alex mit dabei dave wieder und ja unser zug fährt jetzt gleich diesmal fahren auch mit zug und nicht mit china ersatzverkehr let's go das gerne daumen nach oben da abonniert gerne den channel um nichts mehr zu verpassen wir wollen dieses jahr die 10.000 abonnenten erreichen let's go sind auch schon nach zug und sind jetzt auch da da haben wir das twitter findet auch gleich das fan treffen von mir statt mal gucken ob überhaupt jemand da ist 21 ist das reintreffen im zweiten station macht die es auf aber wir sind die ersten wir sind die ersten die erst wir sind dann die ersten die reinkommen praktisch heute ist ja das thema male in twister wir haben uns jetzt von da nach da gesetzt in der lounge und stehen einfach hier aber steht da frei für alle gäste der main hall wir sind der gäste was glaubst du ich nachher habe das tequila hier ausgegeben mit salz diesmal geht die runde auf mich hier das ist der geilste klub der welt mannl willkommen in zwei wochen nr 4 und ich und ich und thomas und da wo schon wieder 10 abonnenten die mich erkannt haben will es wie nice leute wie nice ja die die Wir laufen auf der Kantefläche, erst mal Dägen und Adels. Jetzt wird die Badewanne gewöhnt! Alle hocken sie da und saugen die liebe Knoppen um die Witte. Viel zu lange nach, bin schon wieder voll in meinem Mann. Wie bin ich hier rein, jo? Schwer dich kippt oder werd reifer? Warte, hör auf die Gang, Gott die Gang hat mittlerweile. Eine Arbeit, Führerschein und ich bin pleite. Wir stehen bei Wurzeln. Jan und Max! Und hier! Jo Leute, zwei Mädels getroffen. Bester Mann! Ja! Lug! Herrmann! Jan! Jan! Ey, was geht denn? Oh Leute, ich liebe euch so! Korrekter Support von euch! Macht weiter so! Gerne macht mit euch ein Foto! Fragt mich einfach Leute! Fragt mich einfach! Ich liebe es! Und du? Skala von 1 bis 10? Wie besorgt bist du? Skala heißt bis 10? Drei Prozent! Drei Prozent! Drei! Erstmal Gönnung! Au! Jenny! Hier! Niko! Thomas! Malle! Willkommen! Raus! 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 Schnell! Faust! Fall! X-Niko! Ja, du hast getroffen! Alaa! Ey! Mach das! Ey, meine Hose ist nass! Egal trocken mit eh! Trocken mit eh! Das juckt eene kannst! Und wenn? Du hast Beweise! Ich hab Beweise! Jaa, wir wissen auf jeden Fall, dass du dich nicht eingepisst hast! Was? Wir wissen auf jeden Fall, dass du dich nicht eingepisst hast. Ja, ich hab Beweise. Was ist denn Alkohol, Peke, von 1 bis 10? Boah, jetzt wollen wir Steph den Desperados ausgeben. Aber Dave ist nicht da. Wo ist Dave düncht? Wir haben euch geschehen! Lass mal probieren! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Das ist die Frage! Ich verstehe die Frage! Ich verstehe die Frage! Was denn? Hast du noch das mit dir gemacht? Einmal, aber ich kriege mich selbst wieder! Das ist doch geil! Ich sage, wir gehen auf Frankfurt! Leute, ich mache das gleich auf Lug! Auf Lug! Lug, bester Mann! Warte! Hey, Nico! Hey! Was holen wir jetzt? Eine Pizza und einen Döner! Pizza, Margarita und Döner! Was holst du? Home Döner! Ja! So, Leute! Wir holen jetzt eine Pizza und einen Döner! Was holen wir jetzt? Eine Pizza und einen Döner! Pizza Margarita und Döner! Home Döner! Ja! Nein! Keine Ahnung! Aber meine Margarita, geil! Malte, ich soll ich von Laura grüße! Meine Mama! Schöne Grüße, Malte! Schöne Grüße, Malte! Schöne Grüße, Malte! Kistine Grüße! Das war Joe! Das war Joe! Das war das so großartige Inn des Döner. Das war die House. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war's für heute. Möchtest du dich mal grüßen? Möchtest du? Ich bin Möchtest, Junge. So Leute, wir sind raus. Wo ist Luke? Warte, ich bin so besoffen. Ich weiß gar nicht. Wie machen wir das mit Alex? Weiß ich nicht, der fährt die zweite Fahrt mit. So, wir sind jetzt im Auto von Rudi. Ich bin noch immer voll besoffen. Nicht nur du. Hast du auch besoffen? Nee, ich bin nüchtern. Leicht angetrunken. Seit wann bist du ein Twister? Seit 0 Uhr. Ok, bis 22 Uhr. Tschüssi. Schönen Abend, Rudi. Eine halbe Stunde musste ich laufen. Hau rein, Rudi. In deinem Zustand leust du mindestens eine Stunde. Das war's. Leute, liked alle das Video. Macht ein Abo da. Wir sehen uns. Nico, bis nachher. Bis nachher. Hau rein. Hau rein. Tschau. Tschau.